Heute, am 12. Dezember, wollen wir mit einem kleinen, feinen Landschaftsbild von Emil Jakob Schindler brillieren. Es ist eine Studie mit der Ansicht Berchtholzdorfs aus den späten 70er, vielleicht frühen 80er Jahren und es vereint alles das, was wir am Schindler so schätzen, in einem kleinen, auf Holz gemalten Bildchen. Und das ist einiges, was wir an ihm schätzen. Er war ein ganz wichtiger Maler für die Entwicklung der österreichischen Malerei in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Er ist ein Meister des Lichtes, er kommt hier mit einer sehr sparsamen Palette aus und versteht es aber trotzdem, all das irgendwie hinein poetisch zu verbrechen. Er hat sich selber ja als einen poetischen Realisten bezeichnet und ihm ging es ums Schauen. Wir haben schon oft darüber gesprochen, du erzählst immer wieder die Geschichte, dass er erst angefangen hat zu malen, wenn er es genug angeschaut hat. Ja, ein, zwei, drei Tage vor dem Motiv. Ich weiß jetzt nicht, ob er jetzt zwei oder drei Tage vor Berchtholzdorf gesessen ist, aber er hat sich nicht hingesetzt und angefangen, sondern hat lange geschaut. Beim Schindler ist es ja so, der wird immer gern als Stimmungsimpressionist, weil er Stimmung vermittelt, genannt, oder wird also dieser Titel zugeteilt, was eigentlich ein völliger Holler ist. Er ist ein Stimmungsrealist. Er ist ein relativ, also es geht ihm um Poesie und es geht ihm nicht nur um die optische Wahrheit. Der Impressionismus selber ist ja etwas, wo es nur um die optische Wahrheit geht, um das, was man gerade sieht. Aber er reichert diese wirkliche Wirklichkeit, die er damit transportiert, noch mit einer poetischen Stimmung an. Das ist ein ganz wesentlicher Unterschied zum wirklichen Impressionismus. Und das ist eine Studie, wir können es als Studie bezeichnen. Weißt du, gibt es dazu ein ausgemaltes Bild? Es gibt kurioserweise von Karl Moll eines, der mit ihm sehr gut benannt war. Die waren ja befreundet, das ist ein Schüler-Lehrer-Verhältnis. Und ich glaube, es gibt auch ein relativ großes Bild von Berchtolzdorf von Schindler. Das waren die Bilder, die sie mit nach Haus genommen haben, die Künstler, um im Atelier große Bilder zu malen. Daher auch niemals verkauft haben, sondern aufbewahrt haben als ein Erinnerungsschatz im eigenen Atelier. Daher auch der Nachlassstempel. Es ist ja nicht handsigniert, sondern es ist mit dem Nachlassstempel versehen, weil es erst im Nachlass verkauft worden ist. Aber ein prachtvolles und feines Beispiel für Landschaftsmalerei, nicht geeignet für die schnellen Blicke, so wie manches heute. Es gibt viele Malereien, die durchaus mit ein, zwei Blicken zu erkennen ist oder zu abzutun ist. Hier muss man halt schauen, schauen lernen. Ist aber nichts, was man sich genieren muss. Nein, auf jeden Fall ein echtes Stück Malerei. Es ist eines dieser Bilder, die man andersrum halten kann, auf den Kopf stellen und wohin halten und es schaut immer gut aus. Es geht hier nicht nur um das, was man sehen kann, sondern um das, was man eben dann noch spürt. Und diese Kraft, das haben nicht viele. Also probieren Sie es vielleicht einmal zu Hause mit einem Bild, das Sie zu Hause haben, drehen Sie es um. Und wenn es gut ausschaut, dann ist es ein gutes Bild. Es ist nicht unbedingt der Emil Jakob Schindler, aber ein gutes Bild. Vielen Dank für heute.